Tom's Talk Time, Folge 767. Lass Stress nicht an dich ran. Tomstalktime.com, der Erfolgspodcast. Inspiration für deinen persönlichen Erfolg. Von und mit Tom Kaunis. Hallo Podcast Nation, ich begrüße dich heute wieder bei Strahlem und Sonnenschein hier aus dem sonnigen und glitzernden Las Vegas und freue mich auf unseren heutigen Interviewgast. Meine Leitung geht in den hohen Norden der Republik. Bei mir ist der Comedy-Falafelkönig Amjad Abu Hamid. Amjad, schön, dass du dabei bist. Wow, krass, mit Applaus. Hallo, hi Tom, mein Lieber. Hi Amjad. Schön, ich war gerade ein bisschen neidisch, als du gesagt hast, Sonne und alles und ich bin hier in Bremen, es regnet, mir ist kalt. Das finde ich mir ein bisschen, ja. Ich schicke dir nachher ein Foto von blauem Himmel rüber. Ich weiß nicht, wann du dir das letzte Mal gesehen hast. Ja, ist schon lange her. Amjad, du bist Stand-Up-Comedian und Start-Up-Gründer. Du bist unterwegs auf den Bühnen Deutschlands mit deinem aktuellen Solo-Programm Radikal Witzig und du warst auch vor kurzem Gast in der Höhle der Löwen mit deinem Unternehmen Amjad Foods und deinem ersten Produkt Mamas Falafelteig, weil du bist der Meinung, dass keiner so genialen Falafelteig macht wie deine Mama und daraus musst du natürlich ein Business werden. Genau. Ist das so als drober Überblick über dich richtig? Gut, sehr gut. Das hast du sehr, sehr geil beschrieben, sehr gut und ja, genau, so hat es angefangen. Cool, sehr schön, danke. Amjad, das war natürlich nur ein kleiner Überblick über dich. Erzähl doch mal kurz ein paar mehr Hintergründe, vielleicht erstmal ganz kurz privat. Wer ist Amjad privat? Und dann letztendlich natürlich was über dein Business, sprich wie du zum Comedian gekommen bist, zur Comedy gekommen bist und natürlich auch wie die Idee zu Amjad Food entstanden ist. Klar, privat eigentlich sehr, sehr ruhig. Also wenn man Freunden fragt oder denen erzählt hat, dass ich jetzt Comedy mache, die hätten das niemals geglaubt, weil ich nicht der Typ war früher so, der im Mittelpunkt stand und die Leute unterhalten hat. Es ist nicht Amjad, also ich war sehr ruhig, sehr zurückhaltend, aber ich weiß auch nicht, wie das auf einmal gekommen ist, dass ich dann auf die Bühne gehe und da halt. die Menschen zum Lachen bringe. Ich glaube, das ist von vielen Menschen so die größte Angst, vor Menschen zu sprechen. Ja, ja, genau. Das heißt, du bist eigentlich eher ein recht Introvertierter? Genau. Und dann irgendwann mal, ich weiß nicht, ich glaube, das hat angefangen, wenn man sehr schüchtern ist. Ich glaube, ich habe einen Automobilkaufmann-Lehrer gemacht und ich glaube, da muss man ja schon ein bisschen mit den Leuten reden, mit Kunden reden und so weiter. Und da habe ich gemerkt, okay, ich kann eigentlich mit Menschen reden und ich bringe die ab und zu mal immer zum Lachen. Ich war sehr sympathisch, sehr, sehr empathisch und hatte immer einen coolen Spruchauflager, aber ich habe jetzt nichts bei gedacht oder so. Und ich glaube, das hat sich so weiterentwickelt. Dann wurde ich immer langsamer, offener und ja. Und dann hat es irgendwie geklappt. Okay. Wann war dein erster Comedy-Auftritt? In welchem Jahr? Ich glaube, 2014. Da war ich 27. 2014 war das. Okay. Das war so. Nice. Ja, das war, ich bin, weißt du, wo ich aufgetreten bin? Nee. Das war in einer Shisha-Bar. Da war eine Comedy-Show in der Shisha-Bar. Das war so eine Open-Mic-Bühne. Open-Mic-Bühne heißt, du gehst auf eine Bühne und testest dich das erste Mal. Und ich bin da einfach hingegangen. Ich habe da jemanden kennengelernt, der hat die Show moderiert. Herr Lied, schöne Grüße. Und habe da gesagt, komm, ich probiere das mal aus. Und dann habe ich das ausprobiert. Und ja, und danach habe ich das fast jedes Mal durchgezogen. Und ja, auch dann irgendwann mal erfolgreich. Und jetzt lebe ich eigentlich davon. Und ja, das war schon hart und geil gleichzeitig. Sehr geil. Das hört sich so an, ja. Das heißt, am Anfang dein erster Gig, wie viele Zuschauer waren in dem Raum drin? Ich glaube, das waren 30 Leute. Aber das fängt immer so zwischen 30, 40, 50 Leute an. Dann baut man sich das langsam auf. Es ist immer unterschiedlich. Wie hart ist das Publikum bei diesen Open-Mics? Kommt es da auch oft vor, dass man da weggeboot wird? Ich muss sagen, dass der Moderator mich gut angekündigt hat und gesagt hat, hey, das ist sein allererster Auftritt, schenkt ihm viel Liebe. Und ich glaube, das macht sehr, sehr viel aus. Man hat diesen Welpenschutz noch. Und deswegen war auch der erste Auftritt ganz gut. Zweiter Auftritt auch gut. Der dritte war der schlimmste. Dann wollte ich aufhören. Aber das ist so dieser typische Prozess beim Stand-Up. Also dass du manchmal denkst, heute ist ein geiler Tag. Heute habe ich Bremen zum Lachen gebracht. Dann gehst du nach München und dann erzählst genau das Gleiche nochmal auf der Bühne. Aber keiner lacht. Das passiert ganz oft. Echt? Ja, ja. Das ist echt unglaublich, so wie die Humore von den Menschen so unterschiedlich sind von Stadt zu Stadt. Echt? Merkt man das wirklich? Ja. Also von der Region? Ja, ja. Das ist wirklich so. Das gleiche Set, was du einen Tag vorher gespielt hast, wo das Publikum wirklich sich kaputt gelacht hat. Du erzählst es genau gleich in einer anderen Stadt oder in einem anderen Publikum und dann funktioniert das nicht. Dann denkst du so, hä, woran liegt das? Das ist manchmal keine Ahnung. Ich verstehe das nicht. Das verstehen viele Comedians nicht. Okay, das heißt, das ist immer so ein bisschen auch ein Glücksspiel mehr oder weniger. Ja, Glücksspiel oder ich glaube Timing, Publikum, das sind so viele Faktoren, die miteinander spielen. Und ja, aber irgendwann mal hast du den Dreh raus. Ich weiß, okay, jetzt habe ich ein Publikum, die mögen nicht Jokes unter der Gürtelinie. Dann versuchst du das natürlich anders zu formulieren oder versuchst, sich da ein bisschen anzupassen. Ich sage auch immer, ich bin wie so ein Chamäleon. Ich schaue mir das Publikum an und dann sage ich, okay, heute rede ich langsamer, weil ich habe ein älteres Publikum da. Wenn ich weiter so schnell rede, wie ich sonst rede, werden die mich nicht verstehen. Dann bremse ich mich da. Okay, interessant. Kannst du so pauschal sagen, welche Stadt am leichtesten, oder sagen wir so, in welcher Stadt die Leute am leichtesten lachen und welcher Stadt am schwierigsten? Oder kann man das auch nicht so pauschal sagen? Also, ich habe jetzt festgestellt, dass die Franken, nee, Franken, das sind doch, das sind die Franken, das ist unten an Ansbach, war das. Genau. Da habe ich mein Solo gespielt und kaum so Resonanz bekommen, also nicht krasse Lacher gehabt, nicht Klatscher gehabt und so weiter. Und ich war so enttäuscht von mir und dann bin ich dann am Ende meines Auftritts bin ich runtergelaufen und dann kamen die Zuschauer, die meinten, hey, das war so ein super Auftritt, das war toll und das war echt super, wir haben lange nicht mehr so gelacht. Ich so, ja, aber warum, gebt ihr mir nicht das Feedback? Die so, wie denn? Ja, das ist schon bei uns Ekstase hier, also wir sind wirklich schon ausgerastet und das ist das, was man in Franken hier bei uns kriegt. Ich so, ach krass, ich kenne das ein bisschen anders, weil, wenn ich in Berlin oder in Bremen auftrete, dann rasten die Leute so auf, klatschen, stehen manchmal auch auf und so weiter. Und da war es einfach nur so, ja, und das war so, wo ich dachte so, krass, okay. Und da meinten die auch, das ist so der, das ist Franken, das ist ein Franken so. Okay, spannend, nicht schlecht. Ja. Okay, das heißt, du bist jetzt seit 2014, hast du deine Comedian, nee, doch 14, ne, war der erste Auftritt. Genau, genau, genau. Das heißt, seit 2014 hast du mit deiner Comedian Karriere gestartet. Gab es so einen bestimmten Punkt, wann ein Durchbruch kam? Ähm, ich glaub, das war der Auftritt bei Nightwush, also ich war im, es gibt ja, Nightwush, kennst du das? Das ist so ein Waschsalon, ist so eine Comedy-Sendung. Nee, nicht wirklich, weil ich auch ganz wenig deutsches Fernsehen schaue. Ja, alles gut, also es gibt so eine Comedy-Sendung, die nennt sich Nightwush und da gibt es so ein Talent Award und, ähm, ja, da kann man sich bewerben und, ähm, das wird halt auf YouTube ausgestrahlt. Und, ähm, ich war da, ähm, im Halbfinale, dann hab ich im Halbfinale gewonnen und dann hat, kam Luke Mockridge direkt zu mir, Luke Mockridge war der Moderator und meinte so, hey, hast du Lust, ähm, ähm, im Fernsehen aufzutreten? Und ich so, äh, wie? Er so, ja, in zwei Wochen ist hier eine Aufzeichnung, wenn du willst, kann, äh, würde ich dich gerne bei der TV-Aufzeichnung haben. Ich so, okay, cool. Dann durfte ich als Erster von den Nightwush Talent Awards in einer TV-Sendung auftreten von Nightwush. Cool. Und dann hat dieser Auftritt mich dann zu Dieter Nuhr gebracht, zu Nuhr ab 18. Mhm. Ja, und dann war ich da im ARD im Fernsehen und dann wurde ich dann halt sehr schnell bekannt in der Comedy-Szene und dann, ähm, der größte Durchbruch war dann natürlich der Hamburger Comedy-Pokal, den ich dann gewonnen habe, 2019. Davor hat er auch einen Preis gewonnen, das war der, ähm, SWR-Förderpreis 2018, aber der war jetzt nicht so stark wie der Hamburger Comedy-Pokal, weil der war so dieser, das war so ein richtig harter Wettkampf, ne, da bist du so drei Tage unterwegs, da musst du jeweils 45 Minuten spielen und, ähm, ja, und der wird halt sehr, 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 der ist sehr hoch angesehen und der hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel gebracht. Also da war wirklich, ja, danach konnte ich eigentlich vom, vom, vom Comedy leben. Das war so der krasse Durchbruch. Nicht schlecht. Ja gut, aber durch so Wettbewerb muss man auch erstmal bestehen. Ich meine, Comedy, das hört sich immer so lustig an und wenn man das sieht, das ist immer so, so leicht hört sich das alles an oder sieht das alles aus, aber ich glaube, da ist echt richtig knallharte Arbeit auch dahinter. Safe, safe. Safe, auf jeden Fall. Also ohne, ohne, ohne Fleiß, ohne, äh, es gibt hier Open-Mic-Bühnen, also das heißt, du musst dir neues Material testen. Du gehst auf Bühnen, wo du keine Gage kriegst, du fährst da hin, testest dein Material und dann gehst nach Hause, guckst dir das an, dann stellst du fest, ah, okay, das war jetzt nicht so gut, dann gehst du wieder dein Material testen, testen, testen. Und manchmal ist so nach zwei, drei Jahren, du spielst immer das Programm immer gleich, aber irgendwann mal in zwei, drei Jahren kommen so kleine Module, die du noch ein bisschen ergänzt, damit dieses, dieses Material noch besser wird. Und, äh, das ist halt ein Riesenprozess, das, das, das braucht Zeiten, bis eine Nummer richtig gut ausgereift ist, braucht die locker fünf, sechs Monate. Wow, okay. Ja, okay, das, ähm, nicht schlecht, also Respekt davor, sehr cool. Ja. Dann war dir aber Comedy irgendwann nicht mehr genug und du hast dir gedacht, Mensch, ich muss noch in den Bereich Unternehmertum rein. Wie kam es zu dem Thema Mamas Falafelteig, also wann ist die Idee geboren worden? Okay, aber lass mal kurz ein bisschen zurückschweifen, also weil du gesagt hast, wegen Unternehmertum, aber ich hatte schon immer dieses Unternehmertum in mir. Also ich war, ähm, ich hab, ähm, Automobilkaufmannlehre gemacht, dann hab ich, ähm, ähm, da war ich da ein Jahr als Lagerleiter, dann hab ich, ähm, eine Weiterbildung als staatlich geprüften Betriebswirt Schwerpunkt Marketing gemacht. Und in der Zeit hab ich ein, ähm, mit meinen Leuten, die bei mir in der Klasse waren, haben wir so einen Businessplan erstellt. Wir haben so eine ehemalige Tennishalle in eine Soccerhalle umgewandelt. Okay. Und ich bin damals zum Eigentümer gegangen, hab gesagt, hey, wir wollen hier gerne so ein Projekt machen, wir wollen hier die Tennishalle, äh, wir brauchen die Tennishalle für unseren Businessplan, wir würden gerne die Halle umbauen in einer Soccerhalle, könnt ihr mir so die groben Zahlen sagen, damit wir so Daten haben und so weiter. Dann hat er uns die Zahlen genannt und hat gesagt, hey, wenn ihr fertig seid, schickt mir mal bitte den Businessplan. Ich so, alles klar. Ähm, wir haben den Businessplan fertig, äh, gemacht mit der Klasse, haben auch eine Eins dafür bekommen und, ähm, irgendwann mal, ähm, hab ich meinen, meine, staatlich geprüften Betriebswirt abgeschlossen. Dann war ich ein Jahr Assistent der Geschäftsführung bei so einem Autohaus und in der Zeit hab ich dann irgendwann mal eine E-Mail bekommen von den alten Eigentümern von der Tennishalle. Ähm, ähm, hallo Herr Abu Hamid, ich hab hier, ähm, noch Ihren Businessplan und ich würd gerne mich mit Ihnen mal treffen, ähm, vielleicht können wir Ihren Businessplan in Realität umsetzen. Ähm, da hab ich gesagt, cool, geil, das war eigentlich schon immer so mein Traum, so eine Soccerhalle zu machen, weil ich komm ja eigentlich vom Fußball, ich hab ja sehr hoch Fußball gespielt, also, so, so, ähm, wie nennt man das, Leistungssportler bis zur Oberliga. Okay. Ähm, dann hab ich gesagt, cool, eine Soccerhalle ist ganz gut. Ähm, ich spiel jetzt nicht mehr so viel Fußball, ich könnte mir das vorstellen. Ja, dann bin ich da hingegangen, so halt unerfahren, naiv, dieses, ja, keine Ahnung, du gehst da alleine hin, dann sitzt da jemand, der, ähm, Steuerberater ist und vom Business ganz viel Ahnung hat und sieht da so einen jungen, kleinen Amjad, der einen Traum hat und, äh, sagt mir, ja, so, und im Businessplan, du weißt selber, wenn man einen Businessplan erstellt, sind alle Zahlen schön. Das sind so, man macht so, boah, geil, dann hab ich so die Zahlen noch im Businessplan reingeguckt, so, boah, krass, wenn jetzt die Halle 90% ausgelastet ist, hab ich so viel Umsatz, boah, 200.000, da, 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 da hab ich mir so hochgerechnet, dann die Miete, 5000 Euro, das schaff ich ohne Probleme und so weiter. Im Sommer wusste ich, ah, okay, im Sommer ist jetzt nicht so viel Soccerhalle, dann hast du 10, 20% Auslastung und das hast du alles im Businessplan gerechnet und das war für mich so plausibel. Ich natürlich, ähm, mit dem Eigentümer am Verhandeln, ich hab keine Ahnung gehabt, ich hab wirklich keine Ahnung von den Verträgen gehabt oder auch von den Mieten und so weiter. Ich hab einfach, der hat einfach die Miete genommen, die wir damals einfach auf dem Businessplan getan haben, das waren knapp 5000 Euro oder so, ne. Ähm, aber halt, wenn ich so im Nachhinein denke, das waren einfach ganz, so, diese ganz normalen, ähm, unter Druck setzen, ähm, äh, Methoden, zum Beispiel, ja, da ist jemand, der will eine Soccerhalle eröffnen, ähm, du musst ganz schnell zugreifen, weil sonst nehmen wir den anderen und nicht dich und ich so, oh mein Gott, ich muss ganz schnell zur Bank, ich muss Geldkredit aufnehmen und so weiter, voll naiv, da war ich 23. Das ist auch so die erste Story, die ich hier so im Podcast erzähle und du bist so wirklich so innen drin, weil das ist etwas, was mich sehr geprägt hat und sehr geformt hat, ähm, aber das wirst du gleich im Laufe des Gesprächs auch merken. Also, ähm, ich hab dann einfach gesagt, komm, ich geh zur Bank, ich hab meine Mutter gefragt, so, hey Mama, kannst du mir helfen, ich brauch Geld und meine Mutter so, ja, ich hab aber grad gar nichts, ich so, ja, komm, ähm, ich brauch Geld, damit die Bank mir Kredit gibt und so. Da hat die gesagt, ja, weißt du was, ich hab hier noch das Gold vom Papa, mein Vater ist ja gestorben, die so, komm, ich wandel das für dich um und gib dir das Geld. Ich so, okay Mama, alles gut. Dann hat die mir das Geld gegeben, das waren irgendwie 15.000 Euro, dann bin ich zur Bank gegangen, hab gesagt, hey, ich hab 15.000 Euro, ich brauch einen Kredit, damit ich diese Sockerhalle aufbaue. Und dann haben die mir natürlich halt den Kredit gegeben und der Eigentümer hat sich gefreut und du musst dir vorstellen, das war eine alte Tennishalle, die war Müll, also wirklich einfach, die letzten 20 Jahre wurde nix gemacht. Das war damals in dieser Boruss-Bäcker-Zeit, wo Tennishallen wie Pilze aus der Erde gekommen sind. Das hat eben auch nix gemacht worden. Ich natürlich, meine ganze Familie, Geschwister, die waren alle Feuer und wollten das auch unbedingt machen. Wir haben aus dieser Halle, wie soll ich dir das erklären, so, es ist wie so komplett alles drinnen neu gemacht, ne, außen neu, Bäume umgefällt, die ganzen, das war ja alles zugewachsen, alles freigemacht, auf jeden Fall sehr viel Zeit investiert. Dann hab ich natürlich die Eröffnung gehabt, Sockerhalle war rappelvoll und so weiter und irgendwann mal... Hattest du die gekauft oder woher hattest du das Geld gebraucht? Ich hab das Geld gebraucht, um zu umbauen, also die Sockerplätze, die, wie nennt man das, die Bar umzubauen, das Ganze drumherum und so weiter. Das war das Kapital, was ich brauchte. Dann habe ich die Eröffnung gehabt und auch so, ich glaube, September war die Eröffnung, damit zum Winter hin, du weißt, eine Sockerhalle läuft ja, wenn es schneit, wenn die Plätze draußen gesperrt sind, dann kommen die Vereine rein. Ja, was ist in diesem Jahr passiert? Es hat keinmal geschneit. Scheiße. So, okay, und mein Businessplan, ich guck, mein Businessplan, hä, ich hatte doch 90% Auslastung, aber ich hab jetzt grad nur 10% Auslastung. Ich dann direkt zum Eigentümer, ich so, hey, hör mal, das, was wir vereinbart haben hier mit der Miete, guck hier, du kannst reingucken, es sieht ganz schlecht aus. Dann meinte er so, ja, alles gut, du bist ja am Anfang, wir bauen das ja auf, zahl nur das, was du hast und dann bauen wir das langsam auf. Ich so, okay, dann hat er immer so monatlich bei mir mal reingeguckt, hat gesagt, ah, okay, du hast jetzt das eingenommen, dann nehmen wir halt einen Teil, Hauptsache die Nebenkosten sind gedeckt, die er auch hat, ne? Also, du musst dir vorstellen, Mietvertrag stand 5.000 Euro plus Steuer waren wir bei, keine Ahnung was, 6.000 sag ich immer, ähm, oder 5.800, auf jeden Fall, ähm, hat er gesagt, ja, komm, das, was, was da ist, zahl. Und dann, ähm, hört sich ja erst mal ganz nett an. War auch mega nett, war auch alles cool, der ist mir entgegengekommen und, ähm, wie heißt das, ne? Und, ähm, dann hab ich das langsam aufgebaut, 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 da hab ich festgestellt, ah, okay, ähm, was funktioniert, sind Kindergeburtstage, aber so jetzt, die, diese große Auslastung hab ich jetzt nicht, weil Soccerhalle funktioniert nur, wenn du, ähm, wenn es schneit. Dann hab ich mit Vereinen was gemacht, dann hab ich Turniere gegründet, dann hab ich das, das, dann wurde's immer mehr, mehr, mehr. Und dann hat sich, irgendwann mal hab ich so langsam den Dreh rausgekriegt, dann, äh, wurde's immer mehr, mehr, mehr mit meiner Soccerhalle. Und dann irgendwann mal, ähm, hab ich erfahren, dass jemand, ähm, die Halle haben wollte. Mhm. Aber die Person ist nicht direkt zu mir gekommen, sondern direkt zum Eigentümer. Okay. Und auf einmal krieg ich irgendwann mal einen Anruf und der Eigentümer, ähm, das ist schon jetzt zwei, drei Jahre her, ne? Also das ist also nach drei, drei Jahre und wir haben es immer so, ähm, kam er zu mir und meinte so, hey, wir müssen uns auf jeden Fall mal treffen. Ich so, ja, klar, gerne. Dann bin ich da hingegangen und, ähm, dann wollte er so, ja, wie sieht's aus, Stand der Dinge und so, ich so, ja, ähm, ähm, mit Miete und so weiter. Ich so, ja, ähm, Mietechnik, ähm, könnte es jetzt bald besser werden und so weiter. Der so, ja, ähm, ähm, weil du schuldest mir ja noch so und so viel. Tut er mir so einen Riesenbetrag auf den Tisch. Und ich so, äh, was? Das waren 180.000 Euro. Und dann sagt er... Also sprich die ganze ausgefallene Miete, die zu wenig gezahlt wurde. Genau. Und dann ich so, äh, Moment mal, wir haben doch vereinbart, dass wir das, also ne, im Mietvertrag steht 5.800 und du hast, ich so, ja, aber wir haben das doch besprochen. Also du hast es ja nicht schriftlich. Und dann stand ich wirklich genau so, wie du jetzt, ich war, ich so, was? Er so, ja, ich will auch, dass du diese 180.000 innerhalb drei Tagen bezahlst, sonst bist du raus. Und ich, jung, naiv, ich so, hä? Wie, was ist, was passiert gerade so? Ich war voll so schockiert. So, er so, ja, du hast nichts schriftlich, nur gar nichts und keine Ahnung. Und ich war voll, ich hab keine Ahnung, ich hab wirklich so, ich weiß nicht, wie soll ich dir das erklären, wie ich mich da gefühlt habe. Ich wollte am liebsten gegen einen LKW fahren, so hab ich mich gefühlt. Ja, so ohnmächtig irgendwie. Ohnmächtig, ich war einfach verzweifelt hoch, keine Ahnung. Ich hatte damals eine Freundin, die hat gesagt, hey, Amjad, du, ich hab ihr das erzählt, die meinte so, oh mein Gott, ähm, ja, lass uns mal gucken. Und die war halt, hat beim Anwalt gearbeitet. Dann hab ich das ihnen geschildert und hat gesagt, weißt du was, das Einzige, was du machst, ist, wenn du deinen Finger hebst. Ich so, wie Finger heben, ich stand so neben denen und hab so meinen Finger gehoben, weil ich nicht wusste, ich wusste es nicht so bildlich, ne, ich hebe meinen Finger hoch, was machst du da? Ich so, ja, du hast gesagt, ich soll meinen Finger heben. Er so, nein, das heißt, du sollst Insolvenz anmelden. Ich so, was? Er so, ja, du musst Insolvenz anmelden, weil anders kommst du da nicht raus. Ich so, wieso das denn? Ich hab, kann man nichts machen, dann nicht. Dann hab ich einfach aus Not sofort die Insolvenz angemeldet, wo ich jetzt im Nachhinein das bereue, weil man hätte noch mit denen reden können und so weiter. Ende vom Lied ist, ich musste dann Insolvenz anmelden, ich hab alles verloren. Ich hab die ganze Halle verloren, ich hab das ganze Geld verloren, ich hab das Geld von meiner Mutter verloren. Ich hab wirklich alles verloren. Aber mein Insolvenzberaterin hat im Gericht noch natürlich gegen die gewonnen, weil ich konnte nachweisen, dass ich mit denen gesprochen habe, ganz am Anfang, dass ich denen wirklich gesagt hab, hey, ich schaff die Miete nicht. Und ich hatte so ein kleines Schreiben, wo da stand, Hauptsache die Nebenkosten. Und anhand diesen Punkten konnten die sehen, ah, okay, ich hab ihm das gesagt und es ist eine Insolvenzverschleppung gewesen von seiner Seite. Und er musste das ganze Geld, was ich ihm damals gezahlt habe, wieder zurückzahlen. Deswegen kam ich früher von der Insolvenz raus, aber trotzdem hatte ich alles von heute auf morgen verloren. Trotzdem die ganze Zeit, meine Familie, auch dieser Charme, wenn du gescheitert bist. Die Leute reden über dich und keine Ahnung was. Da war ich wirklich in ein sehr, sehr, sehr tiefes Loch. Und da ist Comedy, hat mir so das Leben gerettet, so ungefähr. Ja, und da hat's, also ich hab drei, vier Monate vorher mit Comedy angefangen, als diese Nachricht kam. Und das war etwas, was mich sehr, sehr geprägt hat in meinem Leben. Also das war wirklich so diese Erfahrung mit der Soccerhalle und so weiter. Und genau, und das war, ja, diese Story hab ich jetzt fast eigentlich nie erzählt, aber das erzähle ich jetzt so hier. Weil, ähm, damit man die Leute auch wissen, warum ich immer so, so immer weitermache, immer kämpfe und immer, und deswegen Mama auch so irgendwann mal, ja, auch was zurückgeben möchte. Und zum Glück hat's jetzt mit Thomas Verlaffelteig auch so gut geklappt und klappt immer mehr. Und so, dass ich ihre Rente zahlen kann, so ungefähr, ne? Sehr geil, sehr geil. Ja. Was war für dich die wichtigste Lektion, die du daraus gelernt hast? Ja, die wichtigste Lektion war, nie in fremdes Eigentum investieren. Ich hab ja sein, sein Unternehmen, sein, das war ja nicht mein, Laden, ich hab das, den Laden, ich muss dir vorstellen, Laden war irgendwie so 100.000 Euro wert. Und mit meinen ganzen Investitionen, wie, 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 wie schön ich das gemacht hab, hab ich den Laden, glaub ich, ne, war der danach 400 oder eine halbe Million wert, so ungefähr. Und aber ich hab am Ende nix davon gehabt. Ich konnte, als ich Insolvenz war, konnte ich die Sachen ja nicht mitnehmen. Ich konnte die, 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 die Bar nicht mitnehmen oder die anderen Sachen, die Bälle, ich konnte gar nix mehr mitnehmen. Das gehörte ja nix, nicht mir, das war einfach nur der Eigentümer, dem gehörte das. Das Schlimme war auch noch, immer mit dem Typen, der am Anfang mit mir geredet hat, du müsstest dir vorstellen, das waren zwei Leute, das war ein Steuerberater und ein Rechtsanwalt. Rechtsanwalt. Und als diese, ähm, ich hab immer mit dem Steuerberater geredet, das war immer so dieser Good Cop sozusagen, der war immer so nett, ja, ey, wir finden immer eine Lösung. Und sobald dann ich dann halt diesen Zettel bekommen hab von diesen 180.000 Euro, die ich dann zahlen sollte, hatte ich nur Kontakt mit dem Anwalt. Und der kam immer und hat, nur stur, ich so, ja, aber ich hab das mit dem wirklich besprochen, also du hast nix schriftlich, ohne schriftlich nix, und das ist auch genau so, deswegen, alles, was ich jetzt mache, mach ich schriftlich. Ja. Wenn ich mit Leuten irgendwas mache, Partnerschaft, arbeite, alles schriftlich, weil das ist wirklich das, was dir später das Genick bricht. Du kannst so gut, Menschen können so gut nett sein zu dir oder dir von alles versprechen, aber das muss schriftlich sein, das muss alles, ähm, aber das lernst du. Ich war wirklich sehr naiv, sehr dumm, ich sehe auch, dass es größter als auch mein Fehler war, aber was willst du machen, wenn du, ach, diese ganzen Maschen, jetzt im Nachhinein denk ich so, boah, Alter, wie konnte ich so dumm sein und da drauf reinfallen und warum hab ich mich so blenden lassen und so unter Druck gesetzt und dann auch noch diese hohen Miete und das Ding ist, der Nachfolger, der die Halle genommen hat, der gleiche Prozess, den er mit mir gemacht hat, hat er auch mit denen gemacht. Ja, also ich glaube auch, du hast gesagt, wie kann man nur so dumm sein? Also erstmal, denke ich, solltest du nicht so hart zu dir selbst sein, weil das hat nichts mit Dummheit zu tun, sondern es hat was mit Unerfahrenheit zu tun. Genau, okay. Das ist ein ganz großer Unterschied. Ja, genau, also unerfahren auf jeden Fall. Das stimmt, da gebe ich dir voll recht, aber ja, weiß nicht, man ist enttäuscht. Natürlich, natürlich. Ich meine, eine Insolvenz ist nichts, wo man Hurra schreit und Kurzenbäume schlägt. Auf keinen Fall, auf keinen Fall. Aber das Lustige ist, in den kulturellen Unterschieden zum Beispiel, dadurch, dass wir ja einen Großteil des Jahres auch in den USA leben und hier auch einiges am Business machen, in den USA ist das komplett anders. Dass, wenn du hier ein Business aufbauen willst, was wirklich was Großes aufbauen willst und du dann irgendwie im Laufe des Gesprächs in den Due Diligence irgendwie dann auch sagst, von wegen, ja, hier, man hatte auch mal das und das gemacht und das war eine Insolvenz, das stört die Leute hier überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, das ist eher, wenn die sehen, du hattest schon mal eine Insolvenz und machst weiter, das zeigt in den USA, das ist schon fast eher eine Auszeichnung. Jawohl, er ist Risiko eingegangen, hat was versucht, okay, hat nicht geklappt, aber er macht weiter. Und in Deutschland ist das was, da wirst du gebrannt magst, als der letzte Assi, so in Anführungsstrichen. Das ist wirklich so, aber das verstehe ich nicht. Ich finde, diese ganze Erfahrung, klar, ich habe eine Scheißerfahrung, aber das hat mich ja auch geformt, das hat mich ja nochmal zu dem gemacht, den ich jetzt gerade bin und weitermache. Und wenn ich jetzt irgendwann mal mit anderen Sachen scheitere, ich werde immer trotzdem weitermachen und versuche immer aus den Fehlern zu lernen, aber nicht die gleichen Fehler zu machen. Genau, gescheitert bist du erst, wenn du liegen bleibst. Solange du weitermachst und wieder aufstehst, bist du nicht gescheitert, sondern bist halt nur hingefallen. Ich meine, hey, wer von uns in der Jugend ist nicht hingefallen, hat sich die Knie immer blutig gehalten. Voll, ich sehe das ja an meinem Sohn, mein Sohn ist jetzt gerade zwei, wie oft er immer runtergefallen ist, um zum Laufen zu lernen. Und jetzt kann er richtig gut laufen, jetzt joggt er, das ist schon unglaublich. Und das ist genau so, so ist es, so ist das Leben. Du wirst immer auf die Fresse fallen, aber wieder mal aufstehen. Und ja, das ist das, ja. Verloren hast du erst, wenn du liegen bleibst und ausgezählt wirst, wenn der Gong dann kommt. Dann hast du verloren, vorher nicht. Ja, sehr schön, cool. Amjad, wie kam die Idee zu Mamas Verlatteteig? Weil damit warst du ja auch in der Höhle der Löwen. Genau, also, du weißt, ich bin ja Comedian, Stand-up-Comedian und wir leben ja wirklich von unserem Live-Auftritten. Und ja, dann kam irgendwann mal diese Pandemie und Corona und dann habe ich gedacht, ach du Scheiße, was passiert hier? Ja. Wie, meine ganzen Auftritte abgesagt. Meine ganzen Einnahmen weg. Ich so, ach du Scheiße, ich will jetzt nicht wieder irgendwie Insolvenz anmelden und keine Ahnung was. Und da dachte ich mir so, nein, schon wieder, ich komme wieder in dieses Loch und so weiter. Und ich hatte immer, immer, immer die Idee, weil ich Comedy-Shows gemacht habe in der Soccerhalle damals, wo ich die Künstler halt nicht zahlen konnte mit Gagen. Aber ich habe gesagt, ey, ihr kriegt die besten Falafel-Sandwich. Und die Künstler sind dann wirklich gekommen, nur wegen der Falafel-Sandwich und haben dann halt bei mir eine Comedy-Show gemacht. Und die haben halt gesagt, boah, Alter, die Falafel von deiner Mutter sind so lecker und so weiter. Auch die Nachbarn immer, wir mussten immer, meine Mutter musste auch für die Nachbarn immer Falafel verkaufen und so weiter. Und ich habe mich dann halt, ich habe mich auch immer gefragt, warum ich in Deutschland nie Falafel gegessen habe. Das Problem war immer in Deutschland war immer diese Trockenmischung. Das heißt, du tust Wasser rein, rührst es, dann ist die Falafel sehr trocken. Und ich habe gesagt, nee, das muss doch schon irgendwie anders gehen. Da habe ich gesehen, okay, es gibt so vorfrittierte Falafel vorgeformt. Aber das ist nicht das, was ich so kenne von Mama. Da habe ich einfach so geforscht, habe gesagt, okay, wie kriege ich das hin? Das, das, das. Habe dann Sachen zum Labor geschickt, habe selber getestet, habe das selber, den Falafel-Teil, saß mit meiner Mutter in der Küche. Habe gesagt, Mama, wie machst du deinen Falafel? Habe mir das alles aufgeschrieben, habe wirklich notiert Grammzahlen. Meine Mutter tut mit ihren Fingern so, du weißt ja, diese, ja, diese Bewegung von den Müttern, die nehmen einfach nur ein bisschen Salz und streuen das so rein. Ja, genau, da wird nichts gemessen, das machen sie alles auf dem Gefühl. Du musst dir vorstellen, meine Mutter nimmt so ein Stück Gewürz hier, Kumin, nimmt das und streut das so. Ich sage, Mama, wie viel hast du genommen? Die so, ja, so. Also die macht so mit ihren Fingern und sagt, so. Ich nehme genau diesen Grammzeil, mache auch so und nehme so eine kleine Feinwaage und tue das da rein und habe das gewogen. Und habe das dann aufgeschrieben. Und so habe ich dann irgendwann mal, habe ich genau das 1 zu 1 Rezept von meiner Mutter rausgekriegt. Dann habe ich gesagt, weißt du was, jetzt baue ich das in großer Masse auf. Und dann in der Pandemie habe ich gesagt, weißt du was, jetzt setze ich alles auf eine Karte, habe dann geguckt, wo kann ich produzieren, welche Voraussetzung ist und habe dann eine Webseite online gestartet, habe gesagt, okay, jetzt Falafelteig, habe eine Branding, ich habe das Mama's Falafelteig genannt, weil wenn man Google eingibt, Mama's Falafelteig, dann findet man das direkt. Weil wenn ich einfach nur Falafel eingebe oder was anderes, findet man was anderes. Ich wollte irgendwie etwas haben, was die Leute sich merken können. Dann, ja, ich bin ein riesen Fan von Höhle der Löwen. Dann habe ich mir gesagt, okay, mein Produkt bei Höhle der Löwen, das wäre eigentlich top. Dann habe ich gesehen, dass es bei Höhle der Löwen eine Bewerbung gibt und ich wollte mich da bewerben, dann sehe ich, ah, okay, die Bewerbungsfrist ist abgelaufen. Dann habe ich trotzdem gesagt, komm, ich bewirb mich dahin, habe dann eine E-Mail geschrieben, ich habe denen so eine riesen Story hingeschrieben, hey, ich bin Künstler, Comedian, die Pandemie, das, 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 das ist Mama's Falafelteig entstanden. Dann haben die gesagt, dann irgendwann mal zwei Tage später habe ich einen Anruf bekommen, haben die so, hey, wir finden deine Story cool, kannst du uns mal so ein Muster schicken und dann würden wir uns nochmal bei dir melden. Dann habe ich Muster und alles geschickt, haben die gesagt, boah, die waren richtig lecker, gerne wollen wir noch mehr von dir wissen, wer bist du, was machst du, füll mal bitte diese ganzen Formulare. Dann muss ich halt diese ganze Formulare ausfüllen, also wirklich so nackt zeigen. Wer bist du, was machst du, was war das, 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 was machst du für einen Umsatz, wo bist du, wie viel Prozent willst du von den Löwen haben, wer ist dein Löwe und so weiter. Dann habe ich das rausgeschickt, dann habe ich gesagt, okay, jetzt brauchen wir noch ein Video von dir, wie du produzierst und wie du deinen Pitch vortragen würdest. Dann saß ich hier zu Hause, habe mir so überlegt, ah, okay, ich habe ja Amjad Foods gegründet und habe so Amjad Foods mit dem grünen Hut, ich habe so einen Facehut, den kennst du ja, die sind eigentlich immer so ein Rot, aber ich habe den halt so als Wiedererkennungswert in grün gemacht. Den setze ich immer eigentlich auf. Das ist so ein Logo, ich habe so ein Logo gemacht, wo man einfach diesen grünen Face im Kopf hat. Dann habe ich so gepitcht zu Hause mit dem Hut, habe gesagt, hallo, ich bin der Amjad, da, 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 Comedian und habe da sowas erzählt. Da haben die gesagt, das ist gut, Amjad, wir würden dich gerne zur Sendung einladen. Da habe ich mich echt mal gefreut. Ich so, boah, geil und keine Ahnung. Und dann gibt es ja natürlich auch so Briefing. Und dann haben die auch zu mir gesagt, die so, hey Amjad, Höhle der Löwen, nur, dass du Bescheid weißt, dein Produkt ist ja ein Tiefkühlprodukt. Ich sage dir jetzt schon, bis jetzt hat noch kein Löwe in ein Tiefkühlprodukt investiert. Stell dich darauf ein, dass das sehr hart wird. Such dir Argumente, konzentrier dich drauf und es wird auf jeden Fall sehr, sehr hart. Und ich so, ja, klar, alles gut. Ich habe mich da hingesetzt, habe mit denen dann halt so einen Text überlegt, wie ich da so reingehe und wie das abläuft und so weiter. Und ja, da ist auf jeden Fall eine lustige Geschichte entstanden. Und zwar, die haben mir gesagt, die so, hey Amjad, bring bitte, also wenn du bei uns kommst, kannst du so, ich musste ja so Deko-Falafel machen. Das heißt, du musst dir vorstellen, ich habe da so einen Tisch und dann sollte ich da so Falafel hin platzieren. Dann sollte ich da so Burger-Patties auch machen und die so platzieren, damit die sehen, ah, okay, aber das waren einfach so Falafel, Deko-Falafel nennen wir, die keiner isst. Die sollten einfach nur vorgefertigt sein. Und die haben mir damals gesagt, so, ja, du kannst das bei uns in der Küche machen. Ich so, ja, cool, alles gut. Ich komme da hin mit den ganzen Sachen. Ich so, ja, wo ist die Küche? Ich muss die Sachen vorbereiten, die Deko-Sachen. Dann sagen die so, hey, ja, sorry, wegen Corona und diesen ganzen Maßnahmen, können wir nicht in die Küche? Ich so, ja. Ich so, Moment, ich muss doch die Falafel vorfrittieren. Ich muss das doch vorbereiten. Die so, äh, ja, ja, kannst du nicht bei dir im Hotel machen? Ich so, was? Ich so, was? Die so, ja, im Hotel. Ich so, wie im Hotel? Die so, ja, nimm diese, du hast doch eine Pfanne, nimm doch hier diesen Herd, mach das in ein Hotel. Ich so, wisst ihr, wie mein Zimmer danach stinken wird, nach Frittieröl und keine Ahnung was? Die so, ja, wir wissen nicht, was wir machen. Ich so, ja, komm. Ich so, alles gut, ich mach das. Und dann musste ich wirklich in meinem Hotel, musste ich diese Deko-Falafel vorfrittieren. Ich weiß, wo ich das gemacht habe. Ich hab mich in der Toilette eingesperrt, ich hab diesen Herd angesteckt, ich hab mich komplett nackt ausgezogen. Also ich war wirklich nackt. Kennst du Breaking Bad, der Typ, der da so Koks macht? Ja. Genau so, muss sich vorstellen, ich mach in meinem Zimmer so Falafel. Ich hab noch Bilder, ich kann dir die Bilder sogar schicken, wenn du willst. Ich mach, ich mach so, ich hab also, nicht wo ich nackt bin, aber du kannst sehen, dass ich in einem Zimmer bin, wo ich von oben das so fotografiert habe, also als Erinnerung. Alter, das ist eine geile Story. Ich mach die Falafel und dann, oh Alter, weißt du, wie die Toilette gestunken hat? Ich hab die Dusche angemacht und alles angemacht und dann, oh, ich war komplett nackt, dann bin ich fertig geworden, hab mich geduscht, hab die Sachen am nächsten Tag natürlich mitgenommen und dann war der Pitch und, ja, was soll ich sagen, der Pitch war, ich hab ja kurz fast geweint, weil die mich ja so krass gelobt haben, auch alle Löwen haben gesagt, ey, leckerste Falafel, die besten, also wirklich, mich von A bis Z gelobt haben, aber halt, ich war halt drei, vier Monate gerade auf dem Markt, für die war das halt nicht so ein Produkt, wo die sagen, hey, da können wir krass skalieren und wir sehen da halt Potenzial, vor allem wegen der Kühlkette, Tiefkühl, was ich alles vollkommen verstehe, ähm, alles gut, ähm, äh, und, äh, danach, nach der Ausstrahlung, ist ja bei mir richtig explodiert und die schönste Geste fand ich an dem Tag, wo das Ralf Dümmel und, ähm, Kofler nochmal bei mir Falafelteig bestellt haben und das zeigt nochmal halt natürlich, dass sie meinen Falafel mochten, aber auch gleichzeitig auch was, was für tolle Menschen das sind, dass sie halt nicht nur einfach nur labern und sagen, hey, wir unterstützen dich einfach so oder halt, äh, wir bestellen bei dir und dann bestellen die nicht, aber dann wirklich bestellen, zeigt nochmal die schöne Geste so, ne? Ja, auf jeden Fall. und das war auch, ja, auf jeden Fall war das die krasseste Erfahrung, auch danach mit meiner Webseite, ich hab natürlich halt dann ein, ein, äh, jemand einsteigen lassen bei mir in meinem Unternehmen, ähm, hab das sehr gut, ähm, aufgeteilt, dass ich halt in einem Fulfillment Service arbeite und eine Produktionsfirma, die bei mir halt eingestiegen ist, weil ich wollte jetzt nicht eine eigene Produktion gründen, ähm, die ganzen Maschinen und alles, dann hätte ich so viel investiert, da hab ich gesagt, ey, weißt du was, ich verdiene jetzt ein bisschen weniger, aber ich hab diese ganze Logistik, falls jetzt jemand kommen will und sagt, ey, ich brauch zehn Paletten, ich kann sofort sagen, hey, zehn Paletten bitte rüberschicken, das, 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 das wollte ich komplett so aufteilen und das klappt sehr gut und ich hab jetzt letzte Woche eine Listung bei Transgourmet bekommen, ähm, ich hab ein Franchise-Unternehmen, die ich jetzt bald mit meinem Falafelteig beliefer, ähm, noch andere Restaurants, ich bin eher jetzt gerade in diesen B2B-Bereich gegangen, weil ich da sehr, sehr viel Potenzial, sehr und sehr, sehr, sehr krass skalieren kann und online läuft auch noch immer super, ähm, ich bin auch bei einigen Rewe-Märkten, äh, und Edeka-Märkte, aber ich konzentriere mich gerade wirklich auf diesen B2B-Markt, also diesen Gastro-Markt, weil das ist ein, wie soll ich das erklären, da ist die Marge natürlich geringer, aber die bestellen halt wirklich alle zwei, drei Wochen, also du hast einen anderen Cashflow. Die Online-Bestellungen, die sind alle so zwei, drei Monate, aber jetzt brauche ich aber Geld, um mit dem Geld wieder zu arbeiten und deswegen ist dieses, mit meinem Produktions- und Full-Film ist richtig geil, dass ich sage, hey, der Kunde, ich gehe da hin zum Kunde, ich stelle dir meine Verleife vor, dann sagen die sofort, ey, klar, die wollen wir haben, ich habe das so, so krasse Story, äh, Sachen erlebt, die letzte Zeit, wo ich denke, so krass, geil, dass das geklappt hat und ich bin mega stolz da drauf, auch auf mich selber so, dass das alles so gut klappt und, ähm, ich bin echt gespannt, wo, wo der Winkel hingeht, also ich könnte mir die nächsten Jahre vorstellen, dass ich dann, ja, also ich habe da schon eine riesen Vision vor und, ähm, und, das sind jetzt gerade noch in der Pipeline, diese coole Sachen, ähm, und ich bin echt gespannt, das ist schon mal cool. Ich drücke dir da auf jeden Fall die Daumen für, also es hört sich für mich unternehmerisch absolut sinnvoll an, also auch, dass du die Produktion outgesourced hast und dir nicht selber diesen Investitionsklotz ans Bein gebunden hast, mit irgendwelchen super teuren Maschinen, das, das, das wäre dumm gewesen in meinen Augen, das, was du gemacht hast, ist mega clever. Aber das ist genau das, was ich auch durch diese Insolvenz oder diese ganze erste Erfahrung gelernt habe, minimiere deine Fixkosten, halt deine Fixkosten gering, das, was dir dein Genick bricht, den Fixkosten. Genau. Naja, und ich habe jetzt natürlich nur Kosten, wenn ich sage, hey, produziere mal eine Palette. Dann weiß ich aber, weil ich einen Kunden habe, der will die Palette haben, weiß ich, dass ich diese Einnahmen habe. Korrekt. Und, genau, und das ist so da, wo ich gesagt habe, genauso will ich das aussourcen und genauso will ich das auch machen. Und deswegen ist es auch ganz gut, ähm, ja, natürlich hast du auch dann Investorngespräche und so weiter und da bin ich immer noch mit einigen am Sprechen, und ich höre mir das einfach an, ich finde, Geld ist jetzt nicht so das Wichtigste, ich finde, der Mehrwert muss passen, ne? Ja, ja, klar, es muss beides passen. Ja, genau, Geld und Mehrwert muss auf jeden Fall, es muss auch harmonieren, die müssen auch die Vision verstehen, was ich vorhabe, ne? Falafel ist so der erste Produkt, ich bin jetzt gerade dabei mit Hummus, dann noch Tahini, noch andere orientalische Markenprodukte noch weiter zu ergänzen, wie bei Amjad Foods und, ähm, ja, das baut man ganz langsam auf. Sehr cool, sehr cool. Also das hört sich richtig gut an, also unternehmerisch wie auch geschmacklich, also ich habe auch dann so, mir ist das zwischendurch das Wasser so ein bisschen im Mund zusammengelaufen, muss ich gestehen, weil die Falafel, die, die ich bisher, ich sage mal, zu 99 Prozent gegessen habe, ist eigentlich genauso, wie du es vorher beschrieben hast. Du hast das Gefühl, du, du beißt in einen, trockenen, in irgendeinen, einen Sandhaufen oder so. Ja, genau, das, das höre ich so oft, ich lese ja auch gerne Kommentare und allisiere andere Produkte, dann sagen die, ja, hat voll nach Sand geschmeckt, ähm, ist brüselig, beim Reinbeißen, war es sehr trocken und so weiter und da dran, da dran habe ich gesagt, ey, da muss ich auf jeden Fall ran und da ist auf jeden Fall ein Problem, das gelöst werden muss und das merken auch alle Kunden, so, ist immer geil, wenn ich jetzt einen Kunden anrufe und sage, hey, ähm, ich habe gesehen, ihr habt Falafel bei euch, ähm, kann ich euch mal meine Falafel bringen, dann sagen die, nee, nee, wir sind schon sehr zufrieden mit unseren Falafel, da brauchst du nicht, brauchst du nicht, habe ich gesagt, ey, ich bin aber eh gerade hier bei euch unterwegs, ich habe gerade ein Muss dabei, ähm, ich kann auch gerne was vorbeibringen, dann sagen die, ja, komm mal vorbei, obwohl das, das waren 400 Kilometer, ich war gar nicht bei denen, ich habe gesagt, ja, ich bin so, ja, da habe ich die angerufen, ich so, ja, ich bin so 15 Uhr, bin ich bei euch, die so, alles klar, dann bin ich da hingefahren, habe ich gesagt, hier, da sind die Falafel, die probiert die, die so, ja, alles gut, wir probieren die und wir melden uns in 5, 6 Tagen, nee, alles gut, ne, ich so, alles klar, ich komme zu Hause an, ich schwöre es dir, 10 Sekunden später ruft die mich an, ja, wie schnell kannst du denn liefern, ich so, ich so, geil, geil, da musste ich so schnell wie möglich, ja, da musste ich sofort ganz schnell schalten, das, das, das und jetzt hat es über, ja, dann hat es geklappt und jetzt, ja, das ist Step wie Step und ich finde es so, ähm, ja, mit Restaurants macht auch mega Spaß, das ist so, das ist auch ein Riesenmarkt, also man darf den Markt nicht unterschätzen, ne. Das ist das, glaube ich, du hast, du hattest im Laufe des Gesprächs, eine Sache so, in so einem, so einem, so einem Nebensatz erwähnt, die ich extrem cool fand, da möchte ich nochmal kurz drauf eingehen, und zwar meintest du, dass, deine, deine Mama hatte dich ja damals mehr oder weniger mit dem letzten Geld unterstützt, ähm, für die Soccerhalle, was dann Insolvenz gegangen ist, das hast du nachher gesagt, genau, dass du aber jetzt durch die, die Comedian und durch den Falafelteig es geschafft hast, deiner Mama die Rente zu bezahlen, und das finde ich so, ja, das finde ich so mega geil, da habe ich letztens einen ziemlich coolen Spruch gelesen, der trifft es genau auf den Punkt, und zwar, wenn du es schaffst, wenn du so viel Geld machst, dass du deinen Eltern die Rente bezahlen kannst, macht dich wesentlich männlicher, als jeder Lambo oder Ferrari, das jemals tun wird. Hm, stark, ja, ich habe gerade Gänsehaut. Ja. Ja, also ich helfe, und das ist gut ab dafür. Ja, ich versuche, also diese Frau, ich habe meinen Papa früh verloren, was soll ich sagen, die hat fünf Kinder erzogen, fünf unterschiedliche Charaktere, ähm, lebt von der Rente, weil die halt Kinder erzogen hat, kriegt die ja halt Rente, weil die sozusagen gearbeitet hat, und diese Rente ist, meiner Meinung nach, sehr lächerlich, was gerade hier in Deutschland und allgemein ist, aber so habe ich gesagt, ey, komm, die hat, die hat mir ein Rezept gegeben, und ich bezahle ihre Rente, also ich noch zusätzlich zu das, damit die halt nicht nur plus minus null ist, sondern noch ein bisschen was hat, und genau, ich nehme die jetzt auch, ich war letztens auch noch mit ihr in Zypern, habe ja da noch mit ihr ein bisschen, ein paar Sachen angeguckt, und produktionstechnisch und so weiter, da nehme ich die jetzt auch mit, ja, das muss ich, also ich schulde ja auf jeden Fall sehr, sehr viel. Bin ich sehr stark, das ist richtig, richtig cool. Cool, Amjad, ich könnte noch stundenlang mit dir Ja, ich auch, ich bin gerade richtig drin, aber es müssen so langsam zum Ende kommen, von daher würde ich jetzt gerne mit dir rüberschwenken in die Blitzlichtrunde, und hier stelle ich dir eine Reihe von Fragen, und deine Aufgabe besteht darin, möglichst schnell, spontan und kurz, also wenn es geht, mit einem einzigen Wort oder einem kurzen Satz zu antworten, okay? Okay. Was hat dich ursprünglich davon zurückgehalten, Unternehmer zu werden? Was mich davon zurückgehalten hat? Unternehmer zu werden. Nichts. Okay. Was war der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast? Lass Stress nicht an dich ran. Was ist deine größte unternehmerische Stärke? Zuverlässigkeit und Ehrlichkeit. Was ist deine größte unternehmerische Schwäche? Dass ich alles zu schnell will. Ungeduld. Was war der wichtigste Schritt, der dich zum Erfolg gebracht hat? Das Scheitern. Mit welcher Person, egal ob lebend, tot oder fiktiv, würdest du mal gerne ein Kamingespräch führen, und worüber würdest du reden wollen? Mit meinem Papa würde ich reden. Und allgemein, ja, über das ganze Leben viel, alles so. Ja, ja, verstehe ich. Welche Internet-Resource hat für dich persönlich einen hohen Mehrwert? Erklär mir mal kurz, was du damit meinst, Internet-Research. Irgendeinen besonderen Service, eine Open-Source-Software, eine App oder... Ach so. Ja, Social Media, also Facebook, Instagram und so. Das ist halt, klar, hat zwei Seiten, aber für das Unternehmen, Aufbau, ist das eigentlich ganz gut. Oder als Selbstvermarktung. Eigene Marke. Welches Buch liest du aktuell oder hast du als letztes gelesen? Worum geht es darin und kannst du es empfehlen? Das letzte Buch, was ich jetzt gelesen habe, ist The Fast Line Millionaire. Nennt sich das. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Das ist so ein Buch, was ich jetzt zuletzt gelesen habe. Ich habe einige Bücher natürlich gelesen, aber das habe ich jetzt so aktuell gelesen. Und kannst du es empfehlen? Ja, auf jeden Fall. Das ist eine andere Sichtweise von, ja, schnellem Erfolg. Podcast Nation. Das Buch verlinken wir natürlich in den Shownotes. Und wenn du auf Hörfutter stehst, dann hol dir jetzt gleich dein kostenloses Hörbuch auf tomstalktime.com slash audiobooks. Dort kannst du dir fast jedes Audiobook im kostenlosen Probeabo runterladen. Tomstalktime.com slash audiobooks. Die letzten beiden Fragen sind recht persönlicher Natur. Die erste davon, was ist dein größter, bisher noch unerfüllter Lebenswunsch? Mein allergrößter Wunsch ist natürlich halt, ja, irgendwie so eine Stiftung zu gründen und anderen Menschen zu helfen, also die wirklich Not haben und Kinder. Ich will was viel mit Kindern zu machen. Also machen, jetzt bin ich selber Papa geworden und ich will eigentlich, dass kein Kind auf dieser Welt ja, leiden muss. Das ist so, ja, das würde ich gerne irgendwie versuchen. Ob ich da irgendwie eine Stiftung, ob ich da irgendwo in armen Ländern fahre und die unterstütze, da will ich auf jeden Fall irgendwas machen. Cool. Da drücke ich dir auf jeden Fall jetzt schon mal die Daumen für, dass du da was richtig Cooles und Großes auf die Beine stellen kannst. Aber da bin ich mir ganz sicher, dass du da die richtige Idee zum richtigen Zeitpunkt kommen wirst. Danke. Amjad, die letzte Frage. Welche drei Tipps würdest du deinem 20 Jahre altem Ich mit auf den Weg geben und warum genau diese? Alles schriftlich halten? Was würde ich Ihnen noch sagen? Schriftlich viel lesen, also viel, viel lesen, weil ich habe mit meinen 20 habe ich kaum gelesen und viel reisen. Warum das Reisen? Weil Reisen zeigt dir nochmal so unterschiedliche Kulturen, Denkweisen. Wir sagen immer so, ja, wir müssen immer glücklich sein, wenn man viel Geld hat und so weiter. Und dann stellst du fest, wenn du reist, dass die glücklichsten Menschen sind, die, die eigentlich nichts haben, weil die einfach nur glücklich und dankbar sind. Und ja, das ist so für mich so, ja, Reisen war einfach so cool. Ich liebe andere Kulturen, andere Sichtweisen. Du bildest dich an, du bist einfach, du hast nicht mal diese Scheuklappen, diese Pferdescheuklappen, du bist sehr, sehr offen. Ja, ja. Sehr offen gegenüber anderen Kulturen, Menschen und das ist so einfach schön. Ich finde, die Erde ist so schön und das Leben schreibt die schönsten Geschichten, finde ich. Das auf jeden Fall, das ist richtig. Amjad, sehr cool. Es hat echt einen Riesenspaß gemacht, dir zuzuhören. Deine Story ist mega inspirierend. Auch vielen Dank für deine Offenheit, dass du uns so diesen Einblick auch in diese, in Anführungszeichen, dunklen Seiten deines Geschäftslebens mal gegeben hast. Aber aus den Sachen kann man ja eben lernen. Und von daher finde ich das unheimlich wichtig. Und es zeigt halt, du bist hingefallen, du hast dir sämtliche Knie blutig geschlagen und du hast kurz Wunden geleckt und bist dann aber direkt wieder aufgestanden und stärker gewesen als denn je. Und genau das macht ein Unternehmer aus. Also Respekt dafür. Danke, danke. Gib unserer Podcast Nation doch noch so einen letzten Tipp mit auf dem Weg und sag uns noch kurz, wie wir mehr über dich erfahren können. Ach, die können mich auf Instagram folgen, also Amjad Comedy heiße ich, genau, und auf Linked ID bin ich auch sehr aktiv. Sonst besucht mich mal mal live auf einer Comedy Show www.amjad-comedy.de Ja, sonst weiß ich nicht. Was kann man noch sagen? Hast du noch einen letzten Tipp, den du so an die Hörer rausgeben möchtest? An die Hörer? Hört weiter. Toms Podcast. Das ist sehr inspirierend. Ich habe letztens auch ein paar Mal reingehört und das war letztendlich. Die letzte eine Folge habe ich gehört, das war mit diesen Kollegen, der so die Bücher, wo die Bücher automatisch schreiben. Was war das? Die künstliche Intelligenz, ne? Ja. Boah, das fand ich sehr, sehr interessant, weil irgendwann mal will ich auch ein Buch schreiben und vielleicht greife ich da mal drauf zurück. Aber ja, was ich, ja, was für Tipps? Ich finde immer auf dem Boden bleiben. Das ist das Wichtigste. Das ist für mich so das Wichtigste, aber das kann jeder für sich selber entscheiden. Also auf dem Boden bleiben, dankbar und höflich und freundlich. Okay, sehr cool. Und du hast mir am Anfang verraten, du hast noch ein Goodie für unsere Hörer, wenn uns jetzt schon das Wasser im Mund zusammengelaufen ist. Was hast du uns da mitgebracht? Genau, also ich habe allen Zuhörer, die jetzt gerade zuhören, ihr könnt unter www.mamosverlaffelteig.de da Boxen bestellen, Verlaffelteig-Boxen mit einem Verlaffelformer. Wir haben so Starterboxen bis Verlaffelteig-Boxen und am Ende gibt es so einen Gutscheincode und der Gutscheincode heißt einfach Verlaffel Comedy zusammengeschrieben, dann bekommt ihr halt 25% Rabatt. Genau. Sehr cool. Dank dir auf jeden Fall dafür. Ich danke dir. Genau, sehr schön. Cool, Amjad, es war echt klasse. Dank dir auch für das Goodie und Podcast Nation. Du weißt ganz genau, dass du alle wichtigen Infos und Links zu unserem heutigen Interview auf tomstalktime.com finden kannst. Gib einfach den Namen Amjad mit J geschrieben, also Amjad oder Falafelteig in das Suchfeld ein und du kommst sofort auf die passende Seite hier zu unserem Interview. Und wenn du auch die Erfahrung gemacht hast mit Falafelteig, dass das Zeug einfach nicht schmeckt, oder beziehungsweise dass Falafeln einfach nicht schmecken, dass du das Gefühl hast, du beißt in irgendeine Sandfrikadelle oder so was, dann ist mein Tipp, geh auf mamasfalafelteig.de und gib Amjad eine Chance zu beweisen, dass der Falafelteig von seiner Mama wirklich der beste Falafelteig ist, den du je gegessen hast. Ich werde auf jeden Fall gucken, wie und wo ich das auch mal bestellen kann und testen kann. Also ich freue mich auf jeden Fall riesig drauf, weil ich an sich Falafeln mag, wenn sie eben gut schmecken, was aber leider selten der Fall ist. Von daher hol dir den Gutscheincode und besorg dir deinen Falafelteig. Amjad, nochmal vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast, mit uns dein Wissen, deine Erfahrungen geteilt hast. Die Podcast Nation grüßt dich und ich freue mich auf unseren weiteren Kontakt. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir, Tom. Super, danke, dass du dir warst. Ciao. Ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder beim Erfolgspodcast dabei warst. Komm rüber auf unseren Blog tomstalktime.com und schau, was wir dort noch Schönes für dich haben. Kostenlose Trainings, die Top-Buchempfehlungen unserer Interviewpartner und noch vieles mehr. Bist du Angestellter und hast es satt, für andere zu arbeiten? Dann zeige ich dir, wie du in sechs Monaten deinen Chef feuern und den Montagmorgen wieder genießen kannst. Melde dich jetzt auf Podcast Meisterschule zu meinem kostenlosen Training an. Hier zeige ich dir, wie du mit deinem eigenen Podcast richtig gutes Geld verdienen kannst. podcastmeisterschule.com Und zu guter Letzt denke immer daran, schlampiger Erfolg ist besser als perfekte Mittelmäßigkeit. Ciao. Dein Tom.